final exam leute neues let's play von dextro 21 20 und ja ich denke mal das wird lustiges let's play nutiges let's play würde ich auch sagen das spiel gab es jetzt vor kurzem angebot bei steam wieder hat es mir geholt und ich habe das auf der wunschliste gehabt weil eben das so ein bisschen aus wie die alten spiele die man in der spielhöhle damals gespielt hat im automaten sachen aufheben spieler oder gegner niederglocken weiter geht's auf der welt oder eben von links nach rechts laufen und sieht so ein bisschen ähnlich aus und das habe ich damals gerne in den spielhöhlen gespielt und deswegen habe ich lange zeit auf meiner wunschliste gehabt jetzt gab es im angebot und jetzt ist es bei mir in meiner bibliothek und gleich wird direkt mal los gespielt ich habe gerade eben schon ein paar einstellungen gemacht weil die grafik war nicht ganz hoch eingestellt warum auch immer und dann wollen wir dann direkt mal loslegen lokales spiel tutorial ok schwierigkeitsmittel lassen wir so hier hat mal klar angefangen lernen die grundlagensteuerung kennen und vermöbel gleich ein paar monster dabei du wirst nicht genug davon kriegen können ja das will ich hoffen ich kann jetzt glaube ich auch sogar mit dem zweiten spieler spielen da keiner da ist moment spiel ich immer alleine und da war das spiel mal starten bla 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 und ok und los geht's wir sind nach unserer alten highschool we were headed out to our old highschool this alumni party was going to be really cool hanging out with the old gang and doing stupid things okay los geht's okay mein kerl ist ja hier schon schon gut gekleidet aber es gewesen weil das im tutorial ist hat man ein bisschen mehr denke ich mal war klar mein auto nein bsad umschalten maustaste vier ich habe das mal umgelegt gehabt vorhin auf springen weil ich bringe lieber mit der maus und da ist ja einer ein monster mein erstes monster kriegt direkt auf die fresse so greife mit drei schlägen nacheinander an indem du blablabla und blablabla drückt und bla dann wollen wir mal bla kollege hier überall so draufhauen kann man immer gut das müssen wir jetzt weiche drei mal nacheinander aus kannst du hier kommst du und kommt wieder nach vorne so haben wir gemacht so wirft die monster mit w benutzen zum schmettern es schmettern aus der luft ist noch effektiv effektiver ok ganzen kürzeln und ganzen tasten die lese ich euch nicht vor weil das ist natürlich totaler so sowieso bei einer einstellung immer anders einmal nach oben und noch mal und noch mal und noch mal und und nach unten so ja und jetzt schmettert drei mal aus der luft das macht man nie nach oben und dann so ne doch hat geklappt bam wie ne tomate zermätschelt bretschelt und geklatschelt benutze c um dich selbst zu heilen was du wirst wie womit denn seh ähm was sind das schlagen die kiste mit bla benutzen zum aufsammeln dass das auch von objekten s ist das denn eine pistole oder was hier äh s hat er gesagt ne wenden kann man nicht auswählen oder kann man hier draufklicken nö ok ok äh ziel von ok ok wuss au das ging auch schnell ah rechte maustaste linke maustaste prügeln rechte maustaste schießen ob es hat die sekundäre waffe und ja was ist jetzt benutze zweimal w äh nach oben ah ok dann kann man so gesehen in diese 3d welt äh rein switchen so gesehen weil gerade eben bin ich an der treppe vorbeigelaufen ja und zwar nach oben dann springe ich und dann bin ich dann plötzlich auf der treppe ja alles klar ok nütze zwei mal x ne zwei mal s scorer runter und die treppe hinunter zu zu dingsen zu und dingsen ah ok ok oh man das ist aber echt viel jetzt das muss ich mir alles noch merken benutze ne benutze zum besteigen von leitern also das gleiche zweimal w wieder nach oben runter ok bsd ab wo sind die kollegen ich will sie alle platt hauen bam bam jetzt musst du ja nach unten drücken ja zwar nach unten zwar nach oben alles klar ok 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 wirf drei monster in das feuer wo nerven nicht komm ins her wie werf ich denn in deinem zack werfen 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 rechte maustaste kommst du her nein aber dann wirf ich in die falsche Richtung hä höh verstehe ich nicht warum wirf der jetzt nicht ins feuer warum wirf der jetzt mal in die gegensätze Richtung halt zum werfen unter eines monster rechte maustaste gedrückt zieh mit der maus und wirf es in die rechte maustaste die loslässt er ist noch nicht doof und wirf die granate indem du die mittlere maustaste loslässt granat die ich mich nicht erst in der kiste bekomme du mal da stehen ich hole das auf die granate äh 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 f oder so ne wie war es da e s ok s die niedrige zehn monstern das kann man gut das ist mein job hier nerf mich kriegst eins auf die nase aber ich kann ja auch nehmen und schmeißen hin und das ist egal mit dem treffen ja sind aber wenn ich sie Là haben wir ja es spielt schon mal super klasse aus schön viel Blut so wie ich es mag und die Gegner sehen so ein bisschen aus wie Gollumverschmitte oder sowas aber die E-Taste das möchte ich gar nicht ich will die W-Taste so kurz im Probe schießen Matsch Bäm ja alles niedergeklatscht hier mit meinem Baseball Nägel Schläger Glückwunsch du hast das Tutorial abgeschlossen und kannst du bla 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 und hier und da Charakter FP blablabla und hier du kannst du beginnen nächste Mission ok alles klar U-Bahn Fahrt dann machen wir das gleich U-Bahn Fahrt keiner dabei kein Problem da mache ich das immer alleine und hier gibt es auch übrigens auch eine Bestenliste sind das Spieler ich denke mal schon Dose 410 schwer spielt der auf dem Mittel Schwierigkeitsgrad was sind das für Punkte die man glaube ich macht beim Prügeln oder so das werden wir jetzt gleich mal sehen also U-Bahn Fahrt erste Mission los geht's hier kann man auch noch so ein paar aus Eigenschaften Sachen auswählen was kann man denn da Fähigkeiten was kann man denn da kaufen ach so verfügbare FP das ist dann so gesehen hier diese Punkte die man dafür braucht um hier Fähigkeiten zu kaufen Kampffähigkeit ist mal ganz gut das muss ich sowieso kaufen weil sonst komme ich hier glaube ich nicht weiter oder nee kann ich auch hier Luft Combo aufgeladener Angriff ok ausweichen hier und hier sind aufland kaufen wir mal ching 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 jetzt habe ich noch ein FP ähm was haben wir denn da passiv ok Zorn du bist etwas grummelig außerdem wird deine Fähigkeiten 25% schneller wieder aufgefüllt Fähigkeitsbalken 25% schneller wieder aufgefüllt ok dann machen wir das dann auch mal das ist doch ganz cool ähm ja so zurück Inventar Baseballschläger, Granat das sind ja die Sachen die ich gerade eben auch hatte und sonst kriege ich auch nichts erstmal ne nein hier kann ich hier was ab ah jetzt kann ich Gesundheit, Kraft, Präzision und Sprengstoff äh ich gebe mal auf Gesundheit als ein Punkt auf Gesundheit dann haben wir das hier im Gleichstand mit Kraft so hirnlos und ne draufkloppen Spiel beginnen, kann losgehen Spiel beginnen, ja los geht's die U-Bahn-Fahrt da sind meine Kollegen, was sind die? ich dachte, die spielen mit da sind meine Kollegen, was sind die? nein okay, dann mach ich das eben alleine, ja, alles klar nix muss ich immer alles alleine machen in die U-Bahn wo kommt der erste Gegner, du da, du da grüne Farbe wo haben die denn hier bitte mit grün gestrichen, ne? da unten? ne da kommt der erst los der Boxer, ok er ist hässlich, das ist klar er ist ekelhaft, das ist super er wird leiden, ok alles klar, brauchen wir Platz Matsch so geht das hier kommt noch so ein Vogel oh oh, das ist ja wie, wie, wie für mich gemacht das Spiel äh, wie kommt man denn hier hin? kann man hier nicht zweimal hoch? ah, wo doch, so runterdrücken, sagen wir runterdrücken ok da muss ich hin? das mach ich jetzt gleich aber ich will erstmal oben gucken ach, da kommt so ein Klaus hier mach ich dich tot! und da kannst du nichts machen kommt dann noch ein bisschen die Treppe runter, oder? ne 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 ok dann geh ich doch mal wieder hin ah hier 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 oben war nichts mehr, ne? doch, da kommen wir auch noch lang aber ich geh jetzt erstmal hier unten lang jetzt erstmal auf diese auf das blau auf den blauen Pfeil ok den Alarm aktivieren ok ach, ok hier wird das mal angezeigt das ist ja dieses blaue Punkt mit dem kleinen Pfeil das zeigt uns dann eben den ähm den Weg unser Ziel an wo wir hin müssen oh, der hat was getroppt wie krieg ich das? wie krieg ich das? nein ich will das nicht oh shit ah, da muss ich das einfach aufnehmen ach so ok hab ich natürlich gewusst Leute, man doch nicht ne so reicht aus du kriegst extra oh also hopp rolltreppe hoch der ist wie so ein einkaufszentrum ohne geschäfte komm ich hier rein? ne so kommst du mit Bruder ok ok lin 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 telefon na ach man muss die ganze Zeit auf E drücken oder was? öffne die Tür in dem du den Alarm deaktivierst jetzt hab ich nicht einmal auf E gedrückt jetzt hab ich die ganze Zeit auf E gedrückt wie so ein wilder und dann hat das erst geklappt guck ich also ja Pfeil zeigt übrigens wie er nach rechts also ich müsste dann so gesehen wieder zur Tür weil wir den Alarm ausgeschaltet haben kann ich auch hier runter? tue ich mir ja weh? oh ne ich hab mir aber nicht weh getan ähm runter? ne ich muss ein zweites Mal da mir auch noch ausschalten das nerven dich du müsch dich mit ne mich mit ich wollte dich mitnehmen als Souvenir du kleines Zombie-Line als Pet la 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 haust dir die Gegner platt macht er nix bearmt er uh okay und das? eins von sieben was hab ich denn da jetzt aufgenommen? wer weiß das? das ist nämlich irgendwelche Sammelobjekte wenn jemand das weiß schreib sie mal bitte in die Kommentare damit ich weiß was ich da aufgesammelt habe gerade sah aus wie so ein Sammlerobjekt für pro Level jetzt guck ich einfach mal so auf dich hier zu wehren so komm aus der Frauentoilette übrigens das ist die Schweinwacke das ist die Schweinwacke und immer noch hey 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 gerücken tausend Punkte bam ziel erfüllt gefallen super ach das war's ach das war's und was kommt jetzt hier zumbimon bossmonster so nein neues Ziel find einen anderen Ausweg ähm wieso ein anderer Ausweg ist das nicht der richtige hopp hopp ähm komm hier willi wutz eins du brauch dich mein Kollege kriegt das auch noch hier hopp nervig bäm bäm kommst du mit kommst du mit kommst du mit kommst du mit wie der läuft das sieht echt lustig aus bäm ich dimm dir eigentlich gar nicht hier auf bäm nein nein tu mir nix man kann doch glaube ich auch die anderen Kollegen spielen okay habe ich gedacht ich könnte das tor damit aufspringen jetzt habe ich mir einfach nur den weg damit versperrt aber wenigstens man muss ja wirklich immer drücken das ist ja wieder eine konsole oder was ich würde mal größer hier Ah, ich dachte, ich müsste jetzt in der Zwischenzeit ganz, ganz schnell das Tor aufmachen, aber das ist ja gar nicht so. Das ist ja einfach nur Geduld, das ist echt super. Wieso kann ich das nicht, 13 Monster, warum kann ich das nicht aufnehmen, dieses ganze Zeugs? Weil ich glaube, ich schon voll bin. Ah, voll, 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 steht doch da. Voll, 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 voll. Oh, ist man da nicht nachvollziehen. Ja. Treppe runter. Ah, hier kann man die Treppe hoch, aber ich gehe jetzt mal weiter, weil der Pfeil sagt nach links. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt auch abseits der Wege mal so ein bisschen laufen kann. Um vielleicht ein paar Sachen zu finden, das weiß ich nicht. Und dann muss man hier aber die ganze Zeit immer diesen Weg lang laufen, den man immer angezeigt bekommt. Oh, das sieht cool aus hier mit dem Schatten. Tschüke, tschüke, tschüke. Hallelu. Okay. Okay. Jetzt will ich ja erst mal wissen, ob man da hinten die Treppe nicht hochlaufen kann. Ich glaube schon. Hier bin ich doch gekommen, oder? Und da... Ah, nee, gar nicht. Ich bin ja von hier gekommen. Oh. Okay. Ah, seh. Ah, dann hätte ich doch mal eben abseits der Wege laufen können. Naja, okay. Fürs nächste Mal. Wo ist der Springer? Bringt hin und her. Springt zum Angriff. Und verherrse er. Okay. Wir springen. Und wie auf der Springer kann, wenn ich ihn jetzt hier matsch haue. So. Hat sich ausgesprungen. Ops. Ah, ich springe immer ins Feuer. Voll Fäusten. So unvorhersehbar war das ganz klar. Ich muss den Weg laufen, sehe ich gerade. Auf der Karte hier. Das Zeichen. Okay. Burn, baby, burn. Burn, burn, burn. Das war's. Aha. Voll, 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 voll. Okay. Jetzt geht's. Ah, okay. Anfangs braucht man ja gar nicht, gar keine Waffe hier. Also ich... Oh. Da kann man ja richtig viele Wege jetzt gehen. Ah, darum ist hier so, 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 so. Zähne, Dose. Matsch. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob ich richtig laufe. War ich eben hier schon? Hier ist aus dem Zimmer raus. Komm, hier sind leuchtende Augen. Sieht lustig aus. Ja, die hat doch so, 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 die Gefahr ist der Augen. Ich tu dir was, Dex. Ich hau dich tot, du. Mist. Sack. Ganz unten angekommen. Und du kriegst lustig. Was? Oh, dann mach ich. Lustig. Lustig. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Ah, da sind's. Das sind die Dosen, die ich, glaube ich, aufnehme, oder? Er hat sogar gerade eine Dose aufgemacht zum Trinken. Elf Monster, die jetzt. Acht haben. Na, die Pistole ist mal nicht so toll. Juhu, das ist immer auch schlaues. Hat hier immer mal wirklich ein Brain gehabt, hä? Anstatt die blöde Treppe da drei Jahre runter zu rennen. Also ich muss gerade eh sagen, man verläuft sich hier. Neues Ziel. Danke, den Generator. Und der hat eine Granate getroppt. Aber hier kann ich nichts machen, ne? Nein, wir tanken muss ich erst. Oh, Mann. Ähm, hier bin ich gerade am vorbeigelaufen. Ich muss nach oben. Lauter, laut dem Zeichen. Eisen. Das stimmt doch gar nicht, verstehe ich nicht. Hier wird doch angezeigt. Naja, ist egal. Wohin jetzt? Dahin? Jetzt hier, nicht? Ding! Bekannt. Betankt. Ah, ich hab keine Heil-Dings-Moves mehr. Okay. So, der Hund ist ziemlich gefährlich. Ich bin hier nicht so, diese kleinen Wiese. Okay. Benzin, Benzin. Benzin, Benzin. Nein! Äh. Benzin, Benzin. Ich bin auch. Hunde sind echt böse. Da muss man echt auffassen. Ich bin es. Oh, Mann. Fah, autumn. Ach. Das war's. kommt ihr her? Viecher hier so, ey das war jetzt gerade hier ne richtig nein, nein, nein ne richtig freche Bande da ist der Generator gluck, gluck, gluck geschafft oh ja Fliege mit der U-Bahn Viecher also ich hab dir eben im Auto gar nicht gesehen, dass der so ne Kleidung anhatte und so ein Knüppel hat er bestimmt auch nicht dabei gehabt glaube ich muss leider nach oben, oder? der Fall sagt es kommst du mir den Weg, hau ich dich platt war ich eben auch schon hier? oh man, ich weiß das gar nicht mehr das werden wir jetzt sehen wo ist die U-Bahn haha matsch ich hab's gesehen, wie die Augen da rausflutschen naja, bei dem Prügel hier ah, da sind wir richtig super yes reaktivieren den Zug meisterhaft wenn hier der Zug fährt der Zug geht was? der Koloss er ist dick und langsam, schwer und erleid erledigen ach, schwer zu erledigen, mein Gott äh ähm bleib dran, also gesehen äh drüpphauen mh 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 Jetzt haben Sie es verstanden. Da guckst du, ne? Fuck. Aber hier bin ich nicht. Wo ist der? Was hat denn der noch hier? Die Masse hier irgendwo? Ach, das kann man nicht. Ich kann nur fangen. Okay, schnell, schnell, schnell. Ach, fuck. Shit, ja. Genial, fand ich gut, fand ich gut. Bin ich jetzt drauf? Was war es schon? Ich will draufhauen, Mensch. Ja, du. Jetzt aber hinterher. Fühlen wir mal platt. Auf der U-Bahn. Hier, wie Mission Impossible. Jetzt kommen wir diese stinkenden Köter. Ja, du kratzt dich noch. Hopp, schneller, 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 schneller. Wir haben noch keine Zeit. Aufsicht. Nicht nur. Ops. 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 Fankern sind ganz cool. Ich bring' die Adams ein. Vorgehen. Gew Scriptures. Weg mit einem Platt. Ops. So ein Hupf und Schlag und Drückauf und Brügelspiel muss man ziemlich viele Tester benutzen. Das ist ein bisschen störend. Ich muss mir die mal alle auf die Maus legen, dann geht das ein bisschen schneller. Da ist der Dicke, woher kommst du her, kommst du drauf. Oh. Oops. Okay. Oh nein. Oh, das war knapp. Aber ich muss springen. Oh, der ist jetzt hier Mario. Mario-Style. Zügel und springen und ausweichen und hin und her. Oh nein, 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 nein. Ja, mach's ja kaputt, aber nicht mich. Nein, nein, nein. Das kann ich irgendwie. Oh nein, 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 nein. In die Mitte, in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Ja. Ja, ja, ja. Shit. In die Mitte. Ach, du kriegst es drauf, du. Zack. Ist ja kein Fehler. Super. Ha. Zupi. Schnell, in die Mitte. Oh. Oh. Das will ich aber aufnehmen hier. Nein. Oh. Bam. Gegen das Schildgeknapp. Knallt den Kerl. Oh, das hat aber immer mehr. Oh, ja. Oh. Ich habe aber gerade noch einen Glückssprung, dass ich noch nach links gesprungen bin. Oh, Mann. Mitte. Ich komme immer näher. Da ist der Zug. Knapp. Shit. In die Mitte. Nein. Fuck. Das war... Oh, ey, die letzte... Aber wir sind ja nicht runtergeflogen. Wir haben nur ein bisschen Schaden bekommen. Der Pferdentzug, oder was? Was kann man hier machen? Fallen lassen. Muss ich das einfach mitnehmen? Okay. Jetzt muss ich, glaube ich, auch noch dieses ganze Gebimmel noch abhören. Das ist, bevor ich da jetzt... Oh, Mann. Ähm... Ich muss die Dinger erst holen. Ja, Prost, Mahlzeit. Schnell. Schnell. Laufen, springen, aufnehmen. Ich muss jetzt das erste Bimmeln dann wieder hören. Jetzt kommt es. Dann laufen. Schnell. Gucken, ob ich diese blödenden Tiere ignorieren kann. Guck, der läuft so gut. Oh, mein Gott. Bleibt ihr da? Komm gleich. Was ist denn hier? Stoppelgröße mit einer Sprengstoffkiste. Habe ich das denn nicht gerade gemacht? Okay. Oh. Missed. Nein. Nein, ich kann mich hier. Shit! Wollen wir das mit ihm? Hab ich das denn nicht eben richtig gemacht? Oder einfach nur... Ich hab das geworfen. Ich glaub, ich muss das einfach nur gegenlassen. Aber so... Nochmal. Ach, Mann. Ich glaub nicht, was zu essen hier. Moin! Ich vollposten, nein. Ich glaub ich nicht. Kann ich ihn heilen? Auch nicht. Nein! Ich bin nicht sterben. Ich bin doch einer der Guten. Ich bin doch einer der Guten. Nein! Jetzt hab ich mich geschlagen aus dem Pfosten. Nein! Nein! Leute, ich bin tot! Oh, ne. Na egal. Das ist ja super, dass ich ja wenigstens hier schon mal noch ein Leben bekomme. Shit! Wer hätte das gedenkt? Wo ist da hinten hier? Ich muss das Ding noch hinlegen. Ja, naja, ja, ja, ja! Lass mich erstmal hinlegen! Und dann kannst du machen was du los. Die erfüllt. So. Hm? Achso! Bäh! Oh jetzt ist geil! Jetzt geht's! Fight me! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Bäm! Fuchsle! Schuhe, was du? Nein, zu schnell! Oh, ist das heftig! Hey! Aufstehen, los! Weg auf den Typen und rauf fahren! Diese Blut rund auch noch, ja! Boah! Boah! Boah, heftig! Oh, heftig! Da guckste! Nein, hoffentlich habe ich noch ein Leben. Nein, game over. Shit. Vom letzten Dingsbums neu starten. Scheiße. Da guckste. Shit, ey. Null Punkte. Dann machen wir es nämlich von neu. Scheiße. Platt hat er mich gemacht. Naja. Ah, super. Ich brauche hier direkt nur den Endboss hier killen. Ah, da muss man sich echt bewegen. Ah, okay. Der braucht sich echt nur bewegen. Mutig, mutig. Schreibt mir hier der Mut in meinem Let's Play. Mutig, mutig. Nein, nein. Oh, nein, nein. Shit, shit, shit. Schnelle hier. Mist. Ich habe gehört, ich hätte noch eine Handgranate. Wir haben auch den eigenen blöden Köter kaputt. Nein, scheiße. Oh, ich habe keinen Heizhalber mehr oder Heildosen oder sowas, wie es heißt hier. Schleiße, nein. Oh, Mann. Ja, jetzt müssen wir noch die Kerle kaputt machen oder was. Schnell was essen. Heilung. Ja, Ziel erfüllt. Den Kerl habe ich aus den Buchsen geprügelt. Man, ey. So schwer war es eigentlich gar nicht. Ich habe mich gerade eben nur echt doof angestellt und meine ganzen tollen Punkte verloren. Schade, Leute. So, zu mehr Punkte. Ja, okay. Leute, war cool. Finger hoch, nicht Daumen, aber ein Finger. Wenn es kein Mittelfinger ist, hat gut geklappt. Nächste Runde geht es weiter. Und bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.